Endlich geht es wieder los. Am Sonntag startet die erste ÖFB-Futzal-Bundesliga in die neue Saison. Die Spiele der beiden Aufsteiger aus Kärnten werden live übertragen. Um 15 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Luty, das Match gegen Carintia aus Klagenfurt, und um 17 Uhr überträgt ÖFB TV Live aus Villach, wenn der LPSV Kärnten den amtierenden Meister Diamant Linz empfängt. Alle Informationen rund um die erste Futzal-Bundesliga bekommt ihr auf futsalblog.at.